Das passt doch gar nicht. Oh guck mal, Ray und ich in einem Team. Wo seid ihr alle? Wir sind übergetreten. Hey, das fand ich richtig fies. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Aua, der hat gekillt, der hat mich. Er spielt schon oder was? Ich hoffe, keine Einladung gekauft. Nein. Ich hatte eigentlich alle eingeladen. Okay. Nein. Na ja, warte. Genau. Nicht die nächsten Analyse, der ganz hinten an der Wand steht. Nein. Der hat den Helmer an der vorn. Okay. Mach weg. Ach, na voll. Danke. Bitte. Ja, ich zeig dir Netkill. Was macht ihr? Shootet alle voll drauf. Mensch. Ich hab nichts gehört. Entschuldigung. Ich hab nichts gehört. Was? 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 Ah! Ich muss zugehen. Lasst mich auf den- KWRAR den Britons H встречen agi die ioo �ht b Ich krieg hier eine Aufzeichnung von dem anderen. Ja, ich krieg auch einer vom anderen zu Matsu. Das ist ein Schuss. Guck mal! Boah, das ist ein Schuss. Oh, Matsu! Ich kann auch schon aufstellen. Ach, Alex. Ja, ich hab nen Lauf. Lass mich. Alter, Entschuldigung. Ist ganz auf meiner Seite. Ja, deswegen hatte ich ja nen Lauf, weil ich drüber gelaufen bin. Der schießt, bevor man den zieht. Ohne mit. Ey, kann man die Sachen nicht vorzeitig nachladen? Was denn? Kann man die Sachen nicht vorzeitig nachladen? Doch. Ach ja. Ich kann gleich da vor sich hin. Was? Was? Prachtlich nicht? Das war irgendwie nicht. Wir haben ein Problem. Okay, wir haben uns ein Problem. Ciao. Okay, ciao, tschüss. Ist das nicht passiert? Ich muss nachlaufen, verdammt. Ja, hab ich gar nicht gemerkt. Er schiesst mit nicht mehr, mein Spiel. Du bist so ein kleiner Fatser. Ah. Was? Ja, weisst du, zwischendurch habe ich halt die scheisse Joysticks und dann schiesst mir einer nicht mehr. Ah. Da macht er irgendwie saufend beim Bier oder macht so Dinge vor dem Kopf, in dem was ich eingestellt habe. Ja, das... Nachdem hast du eigentlich auch gehabt, oder nicht? Ich muss das auch nicht machen. Ich hatte echt eine gute Serie und jetzt könnte ich ja nicht sein. Ja, geht doch genauso. Dann kommt auch noch so ein Ray oder... Ja. Und irgendwie werden die auf die Schiefe... Genau. Du schießt komplett runter, dann kommt so ein anderer ums Eck. Und da steht ja eine Unterstützungskill für Happy Birthday. Ja. Und dann kannst du jetzt auch drauf nehmen. Ich lach das. Waaas. Ja, klar. Natürlich! Ich lach das. Aber man schießt wieder auf den Falschen, weißt du. Ja ne! Hör auf mich zu schießen! Warte! Wie manche hier 10.000 Schüsse aushalten ohne Witz. Die schießen zweimal auf mich im Bett. Verstehst du das? Oh mein mein! Das ist kein Schauber-O-Makation, doch kein Scheiß! Ja, soll ich mir denn ein anderer Outfit anziehen? Ja, das ist ein Schauber-O-Makation. Ja, das ist ein Schauber-O-Makation. Ja, das ist ein Schauber-O-Makation. Ja, das denke ich mir auch bei dir gerade, ohne Witz. Und bei ein Magazin drauf. Ja. Ja. Aber dann haben wir auch ein Schuss jetzt in Especially- Weiss, ich krieg zwei Schüsse und bin tot. Ich darf das nicht, oder? Weisst du, ich fühle mal ein übeles Kopfschüsse momentan. Kannst du da auch noch rein? Da soll er auch rein? Der auch Der aber auch Alex Ja, der war auch schön Ja, das war schon So ein Das ist alles durcheinander hier, oder? Krass, wir haben uns komisch gespawnt Ja, wie schnitt Hehehehe Ach, scheiße Naja, das ist doch ein wunderbarer Darf ich es gewinnen, wer kommt? Bis zum Oh, da hab ich noch mal jemanden angehüttelt von euch Eikeikeikeikei Was? Float doch vorig Ich weiß nicht, aber auch, wer es läuft aus Lippenstift, ja? Ja, das hab ich auch grad gefragt Ich glaub, da war mein kleiner Bruder wieder am Berg Ja komm, gib die Schuld wieder deinem Bruder Ohne Witz! Ohne Witz! Was ist denn? Ich wollte Matze Nur der darf mich töten Die wurden doch getötet Nur Matze darf mich töten Okay, mach ich Wow Wo ist er denn? Das ist der Krachkomatze darf nicht töten Hä, wie sind sie jetzt? Ah Ach man zu Nach dem Spiel muss ich sie leider aufführen Okay Wo geht's denn morgen, glaub ich denn? Ja, nach Hamburg Ach so Meine Freundin sollte mich hier rausschmeißen, weil wir Besuch haben Deswegen muss ich doch aufhören Mein kleines Kind neben mir pennt Ui, das ist Richtige Bogen, ich kann mir auch nicht was das ist Aber wenn ein andermal weiter zu Ja, auf jeden Fall Aber es hat grad sehr gut gepackt von den Wochenende, ne? Ach, die Faske der Scheiße Leider ist das Topzimmer in dem die Gästezimmer Ja, da okay Das war keine Aufsicht, du stellst noch mal dran Ach so, okay Let's go Let's go Nein! Boah, shit Zu viel Umschalt Ah, passt Passt Passt, was meine Shadow war schneller Ja 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 Hat mir geklaut Ja So, so, so Aber es ist doch die richtigen, wichtigen geht so nett Ja Auch fast Mit 0,0 Leben, ey Man, das nervt doch Das ist noch nicht dumm gewesen, hat ein bisschen Scheiße Was? Ja, Scheiße ist es nicht, aber die Schussrate ist zu langsam Militärgewehr, oder was meinst du? Ja Nicht perfekt Da ist die Spezialkabinale Urlaub besser Ich verspüche dir, das bin heiß Ich bin heiß, hast du ein Militärgewehr ganz cool Ja? Das bin heiß, ich liebe das Ich mach das runter Ja, gegen Shadow will ich nicht mehr Ja, gegen Shadow will ich nicht mehr Ah, Scheiße Zwei, ja klar Ui Ah, shit Ah, jetzt hab ich meine Hand an und so noch noch zu zicken Genau, nicht Ich bin Shadow Da hat jetzt grad jemand nen Lauf, ey Wer denn? Hooray Schießen Überleben Töten Roboter-Typ eingebaut Scheiße, ey Ich spawne gleich von zwei Seiten Das gibt's nicht Ach, boah Ach, boah Ach, ich bin... Du hast jetzt wirklich nie gespawnt, okay Das gibt's nicht Ach, das hab ich nicht mehr nen Lauf gehabt Ich bin so dick Ach, ich bin mein Laufmeer Ich bin so doof Alter, ich stehe neben dir Nein Das ist echt mitlötig Was kannst du denn machen, dass du willst rollen Alles Spagat Hüpfen Spagat Spagat Ach komm, ich muss grad nachlassen Nein, nein, nicht von hinten Äh, 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 ich will nicht Nein Ach, komm doch wieder von hinten Das ist so klar Komm, einer, von hinten Ha, 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 ha Wohin, das hat halt auch immer von hinten Mann Hö Ne Er fällt um den Boden Ja Genau Darf ich aussuchen, wenn er nicht verkillt Er schießt wieder auf den Baustein Wir haben grad ein kleines Stau hier Fuck Krampi Nein Na, endlich hab ich mal weggenutzt, äh Oder was? Ja Nein Nein, aber ich hab gedacht, du hast so einen Krampens gehabt Wie so ein Nerven Ah, Mann Stirb doch einfach Endlich Ah, der stirbt nicht Ah, ich hab ihn Knapp, ich hab ihn Ah, es spottet genau Ich glaub, ich hab ihn geschickt Nö Ah, Mann Und was hats nicht ... ... ... Ha, Ha Ha, Ha Boah, Krass Oh, Mann Immer kommst du im Deck nicht bestellen weg, 3 Hm, Das ist Ruhesend nicht Ja, bei mir waren es vorhin drei. Oh, da kommt Speed Freak ums Eck. Ich will nicht diesen... Shadow... Shadow Bellow. Können gern tauschen. Machst du Ries für mich, oder was? Ja, ist echt so. Ohne Witz. Das war jetzt ein schöner Handy von mir. Ohne Witz. Ach, wie süß. Da sind alle da und zu dritt. Scheiße. Das war jetzt ein schöner Handy von mir. Ohne Witz. Ich wollte gerade nachsagen. Ich stand auf Schlippel. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh, ne. Jetzt kommt man zu mir. Oh Mann. Shadow. Auch ich muss gerade nachladen. Entschuldigung. Was hast du? Was schießt du nach drüben schon wieder auf mich? Hau ab! Weiß ich. Schieß auf dich, er fängt über. Jetzt aber. Er sei dir gegessen. Hehehehe. Aber dein Gesicht war mir eindeutig zu nah. Hehehe. Zum Nissen hab ich schon ein bisschen neuer. Ja, ich hab schon mal geguckt. Spawn hier. Oh, der liegt da. Der Timo. Der Timo. Der Timo. Der Timo. Der Timo ist tot. Gott schau. Das ist keine Konstante in meinem Spiel. Nee. Ich spawne und dann stellen sie gleich zwei gegenüber. Konstant tot halt. Das ist auch eine Konstante. Ja. Weißt. Ich spawne und lauf zwei Schritte und schmied das Tor. Was? Was? Bleibst ich denn? Ah! Was? Dass du mal her? Nein, ich fasse dir. Nein. Mann. 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 Ich wollte nicht der letzte Kind sein. Ich verstehe, was dich töten. Nee, ehrlich jetzt. Ich wollte nicht der letzte Kind sein. Ich verstehe das jetzt noch. Was habe ich da überhaupt drin, was?